Bleib weg, bleib weg! Da haben wir jetzt was zu beobachten. Ich weiß nicht, was er den jetzt erwischt hat. Ich finde, das Ding sieht immer so aus, als könnten die Tiere, die gejagt werden, als könnten die eigentlich noch viel schneller. Krass. Hey, der Vorschlag liegt da. Hast du das gehört? Ja. Das soll jetzt mal nicht verschwinden hier. Er hat zu wenig gemacht. Dann hätte er mehr zappeln müssen. Jetzt ist er ja schon... Boah. Krass. Verschlinkt sie denn einfach so. Ich habe gedacht, dass die den überhaupt verschlingen können. Boah. Guck dir das mal an, wie schnell die ist. Ja. Boah. Das muss er jetzt in der Beibergänse. Das muss er jetzt in der Beibergänse. Ja. 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 Das muss er jetzt in der Beibergänse. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.